Geh zurück! Wow! Was ist das? Es ist wunderschön. Ein riesiger Schmetterling. Vorsicht! Diese Flügel sind sehr zart. Seht sie euch an, sie ist riesig. Wunderschön. Da fällt mir noch ein guter Name ein. Bella die Schöne. Wow! Diese Flügel haben ganz schön Kraft. Hey, Bella. Geht es dir gut? Sie ist wirklich nicht die beste Fliegerin. Bella, sieh dir das mal an. Schnell! Sieh, Laphos! Nein, es gehört mir! Laphos! Nein! Nein! Oh, das muss wehtun. Ich werde ja schon um mein Leben. Oh nein, die arme Bella. Mit diesem Flügel wird sie nie wieder fliegen können. Wenn ihr mich fragt, dann ist das kein Problem. Dies hier ist mein Multifunktions-Wahrtuch. Das klingt eigentlich nach einer... Einer fantastischen Idee. Nun, ich denke, wir sollten dem genialen Erfinder eine Chance geben. Wenn das für dich in Ordnung ist. Das war's für dich. Sieht aus, als wollte sie landen. Seht euch die Blüten an, wie das Orakel gesagt hat. Du findest den Schatz in den Blüten so fein. Sie hat es geschafft, trotz aller Schwierigkeiten. Oh! Ich hab das Gefühl, sie wird schnell Freunde finden. Das wirst du nicht mehr brauchen, meine große Schönheit. Heb mich hoch. Hier. Was ist? Sie hat ein Herzkristall in dieser Blüte gefunden. Danke, Bella. Du warst eine sehr große Hilfe. Wiedersehen, Bella. Wiedersehen, Bella. Wir sehen uns. Tschüss. Bye-bye, çe AfD.